So, weiter geht's, weiter geht's. Nicht anhalten. Nixon, Mensch, auch einer von Traumsucht, also von Kumpel, Freunde und so weiter. CD ist drin. Sieht ganz cool aus, das Album muss ich gestehen. In dem Fall, acht Tracks, ein paar bekannte Leute waren mit dabei, die nicht jeder kennt. Ich fand das Album nicht ganz so gut, muss ich ehrlich gestehen. Nixon, cooler Typ. Aber irgendwie klangen alle Lieder ein bisschen anders und irgendwie irgendwas fehlte mir. Also jeder Track ist irgendwie ganz okay. Ventil hat mir besonders gut gefallen, die Jesche 030, den fand ich sehr gut. Aber ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir bei dem Album. Ihr könnt ja mal reinschalten und euch anhören.